Musik Musik Jetzt, wenn es wieder kalt wird, ist so ein Kamin natürlich eine feine Sache. Was sind die weiteren Besonderheiten dieses Freisteheneinfamilienhauses? Es liegt in einer guten Wohngegend von Euskirchen-Kirchheim, nur wenige Minuten von der Steinbachtalsperre entfernt. Wir haben hier vier Zimmer und einen wohnlich ausgebauten Keller und eine Küche mit Einbauküche. Den herrlichen und großzügigen Garten haben Sie ja gerade schon gesehen. Für wen ist diese Immobilie interessant? Meiner Meinung nach für eine kleine oder für eine wachsende Familie, die sehr viel Zeit in ihrem eigenen Garten verbringen möchte. So, jetzt schauen Sie sich einfach erstmal um. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Weitere Informationen zu dieser interessanten Immobilie finden Sie immer zuerst auf unserer Webseite bei evd24immobilien.de und auf unseren bekannten Social Media Kanälen. Mein Name ist Martin Kausch und vielleicht sehen wir uns auf einer gemeinsamen Besichtigung. Bis dann!